Servus liebe Leute und herzlich willkommen zurück zur zweiten Aufnahme von Minecraft Hunger Games. Mit dabei ist wie immer der Mr. Lucas der da hinten steht und wir sind diesmal auf einer anderen Map. Wareide Map. Wareide Map, was auch immer das bedeuten soll und... Was ist der Name? Ja toll, es gibt aber mehrere Wareide Maps. Es gibt auch mehrere User Maps. Genau. Und beim Start wird gleich auf Tag gesetzt, wie man jetzt vielleicht sieht. Und ich werde direkt mal in das Ding hier rein hechten, um mir ein bisschen Ausrüstung zu aggadern. So, das war es eigentlich auch noch schon. So, gehen wir. Hab ein Schwert. Ich bin direkt hinter dir. Ich hab einen Boden. Zwei Schmerzen. Einen Apfel. Nur falls dich der Hunger mal der plagt. Ich hab einen Fisch. Okay. Ich schlag gleich alles mit dem Fisch kaputt. Kapott. So, war hier irgendwas drin. An die Map kann ich mich noch so vage erinnern, aber irgendwie... Nee, nee, hier hatten wir wenigstens Pech, was Loot angeht. Hier gab es doch gar nichts. Okay, alles klärchen. Dann gehen wir mal weiter gucken. Unter der Brücke vielleicht. Mal gucken. Ne, sieht nicht so aus. Auf die Fallen zeig ich mir jetzt mal nichts an. Bis dahin, Adda. Einfach mal das große Gebäude und hoffen. Meine Tastatur will heute irgendwie nicht zoomen. Was hast du gerade gesagt? Meine Tastatur will heute irgendwie nicht sprinten, nicht zoomen. Ich will gar nichts machen. Das ist nie voll. Ah ja, hier weiß ich noch, dass hier irgendwie in der Mitte eine Truhe war. Aber wie ich da in die Mitte jetzt nochmal reinkam... Ah, hier. Das war mir mal ein Rätsel. Oh Gott, hier kriegt man ja einen Drehwurm. Okay. Wow, Melo, die Reine wirklich gar nichts bringen. Kann man auch sein. Sag mal, ich muss mal den Sound hier ein bisschen leiser machen, ey. Wir haben noch 3%, das ist sehr angenehm. Nein, das ist ein Schwert. Lol, ich habe gerade das Schwert durch die Gegend geschmissen. Ich wollte gerade sagen, bin ich ruhig und nehme es auf oder sage ich mal? Äh, da hinten. Okay. Da unten vielleicht noch was drin. Sieht nicht so aus. Hast du auch ein Schwert? Das ist doof. Na gut, und hier hinten geht es dann auch wohl nicht viel weiter. Hm, da sind Schwert. Wie viele Leute... Wow, 16 Leute sind hier noch drin. 16. Wie viele waren am Anfang? 24, ne? Ungefähr. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch was drin? Was schickes? Bestimmt hier irgendwo hinter der Bank. Ne. Ne, ist nix hier. Warst du schon oben? Äh, geht es hier irgendwo hoch? Ne, oder? Ja doch, ich denke mal schon. Hier ist eine Treppe. Ah, da ist eine Treppe. Ah, ne, habe ich nicht gesehen. Hm. Okay, also das war dann scheinbar auch ein Fail. Und hier ist... Hier ist auch keine Kiste. Aber vielleicht hier in der Mitte der Druckplatte kommt man da irgendwie rein? Ja, aber nicht mehr raus. Da kommst du nicht mehr raus. Versuch dich mal irgendwie rauszubocken. Lauf einfach mal dagegen. Vielleicht kommst du nicht mehr raus. Ja toll, das war jetzt natürlich wieder hier richtig schlau von mir. Richtig Willi-like war das. Probier mal einfach dagegen zu laufen. Vielleicht kannst du dich irgendwie rausbacken. Nö. Sieht nicht so aus. Ja, ich würde sagen, dann bringen mich einfach um. Ich ziehe hier mein Schwert und meine ganzen anderen Sachen, bevor die hier drin irgendwie... Dann hängen wir gerade noch in der Aufnahme dran. In your face. In your face. Ja, macht Spaß. Oh ja. Wenn du fertig bist, sagst einfach Bescheid, dann gehen wir in eine neue Runde rein. Alles klar. Ich nehm einfach weiter auf. Ach komm, ich hör dann gerade auch auf, dann machen wir direkt eine neue Runde. Ja, okay. Alles klar. Wenn's nicht wieder so ewige Timeouts gibt. Ja, die Timeouts gehen mir einem voll auf den Sack. Aber sobald man in der Arena drin ist, geht das eigentlich... Soll, warum hab ich am Spawn 27 FPS? Mach mal bitte kurz F5, du hast ein Pfeil im Bein stecken. Sieht man das? Ja, das sieht man. Also bei mir schon. Ja, bei mir auch. So, was haben wir hier? Dann sieht man dann noch schön hinter den Kulissen, wie man in so eine Arena reinkommt. Da unten ist das gerade einer gestartet. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich stand genau davor. Ich geh mal nach oben gucken. Alles in-game. In-game, in-game, in-game. Dann setzen wir uns einfach eine Warteschlange und pausieren die Aufnahme, oder? Können wir natürlich auch tun. Und welche gehen wir? Ganz oben, würde ich sagen. Oder ganz unten. Unten ist ein Zweier. Alles klar. Okay, ich komm da rum. Okay, 14, oder? Oder 13, kannst du ja aussuchen. 14. So, wir sind dritter. Sobald's losgeht, nehmen wir wieder auf. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Auf der Map von Zerkul.de. Und Jo ist... Irgend so ein Spaten steht hier. Wo bist denn du? Hier, rechts. Ach da, in dir drin. Irgendjemand drinnen hier. Freu dich. Das ist auch, ich seh den Kopf von innen. Ich würd jetzt aber... Jetzt können wir direkt zu'n Holzstämmen da hinten laufen. Genau, da gibt's immer die geilsten Waffen und alles. Wir nutzen das dann aus, weil die alle in die Mitte laufen und wir einfach da rüber können. Ich renn' direkt mal in die Sphinx rein. Genau, mach du die Sphinx. In der Hoffnung, dass hier irgendwo irgendwas drin liegt. Ne halbe Rüssi und ein Goldschwert und ein Charming-Zeugs. Okay. Ich komm zur Fingst, ne? Da wird aber wohl jemand vor mir die Kiste oben öffnen. Ja, da sind drei Leute drin. Und ich bin einer davon. Und, hast du was gekriegt? Ein Holzschwert. Aber keine Rüstung oder sonst was. So, ich würd mal sagen, dann gehen wir mal schnell ins Iglu. Und verarschen da mal ein bisschen die Leute. Oder fallen selbst drauf rein. Oder fallen selbst rein, genau. Mal gucken, ob das mit Crouchen geht. Wahrscheinlich fäu ich jetzt hier gleich irgendwo durch. Ne. Oh, hier wär was. Hier wär noch... Hier auch was. So einen Minen spüren. Wenn du was zu essen brauchst. Ne, ne, ich hab einen A4 Karotten, ein rohes Schnitzel und einen gebraten Schnitzel. Also, einen Schnitzel an sich. Ach, komm schon. So. Jetzt sind wir hier auch wieder raus. Gehen wir wieder raus, warte. Bin mal gespannt, ob die Kiste auch schon jemand geblutet hat, die da drin ist. Aber da denke ich mal schon, das ist nämlich einer von den einfachsten. Noch neun Spieler. Was bitte für den Müllungens Iglu. Ich glaub, das soll gar kein Iglu. Boah, kommt da so viel. Kommt da so viel. Oh fuck, da kommen Leute. Und der geht auf mich. Wer geht auf dich? Oh, der da. Hast du ein Schwert? Ja, Gold. Wir könnten gemeinsam auf den... Dann den da schwimmen wir uns vorher. Zuerst auf den Kleinen. Bei mir lag gerade alles. Bei mir auch, der ist da vorne... ...in den Wald reingerannt. Okay, der Typ mit der Goldrüstung, den haben wir erstmal weg. Ja, den zu jagen, das bringt glaub ich jetzt auch nix. Das ist nur unnötiges Essen verschwendet. Der rennt sowieso gleich in den nächsten Kampf rein. Ja, der noch wieder hinten die. Die fighten gerade am Iglu, obwohl der eine im Boden rumwackt. Ähm, kurz fragen, wo musst du hin? Wieder Richtung Eisding. Eisblü. Ah, ich steh dich. Alles klar. Oh, die alle da runter. Ja, wird übel gemacht. Wenn wir jetzt hier hingehen, könnte da was liegen. Ja, da liegt auch was. Oh. Ah, hier. Ich denke, da unten, da oben steckt irgendjemand die Leute und die fallen dann irgendwie... Achtung, da ist jemand. Unser, unser Kleiner von gerade eben. Der geht in den Baum rein, ne? Sehr gut. Ähm, hier ne Rüstung. Achso, du hast, ne? Jo, ich hab ne ganze. Ich hab's da hingefahren. Ähm, hab ich noch ein bisschen was zu essen? Brauchst du, oder? Nö, ich hab alles. So, jetzt fehlt uns nur noch einer. Haben wir gewonnen. Jo, ich muss sagen, und der andere ist da hinten irgendwo. Komm nur drauf an, wo, wie ist denn der unter die Erde gekommen? Stimmt, irgendwo ein Loch, wo man runterfällt? So ein Geheimgang oder ein Bug? Warte, ich geh mal kurz was probieren. Ich hab den Gang gefunden. Glaubst du jedenfalls, oder wie? Ähm, ich glaub's, genau. Hier ist ne Leiter. Achtung, ne. Oh, fuck. Kommt, der kommt, der kommt, kommt. Ich komm runter, ne? Warum hat der mich jetzt bekommen? Ne. Wo bag ich denn jetzt rum? Ah, okay. Oh, mich hat er auch. Leute, jetzt im Ernst? Ja. Ich bin eben. Okay. Dann bedanken wir uns und bis zur nächsten Folge. Alle. Ohh. Äh. 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 Ähh. Äh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017